Jo Leute und herzlich Willkommen zu Tag 14 des CSGO Adventskalenders 2017 und auch heute gehen wieder drei Skins raus an euch. Wir beginnen mit der Scout Big Iron, dann als nächstes gibt es noch eine AWP Elite Build und zu guter Letzt gibt es dann auch noch eine Farmers Rural Cage. Die Gewinner werden ja wie immer unter dem Teilnehmer Video gezogen, also unter den Kommentaren vom Teilnehmer Video. Falls ihr auch teilnehmen wollt bzw. eure Gewinnchancen nochmal erhöhen wollt, erster Link in der Videobeschreibung, das kommt ihr dann zu dem Teilnehmer Video, in dem erkläre ich, wie ihr hier teilnehmen könnt und was es auch zu gewinnen gibt. Ich sage am 24. Dezember gibt es beide wie ein Knife. So, die Gewinner von gestern setzen ja heute aus und die von vorgestern sind ja heute wieder mit dabei. Dann lass doch gleich mal beginnen mit der Scout Big Iron, die geht heute raus an Syracadal. Du warst gestern eher nicht bei den Gewinnern dabei, somit mal Glückwunsch an dich Mate. Dann als nächstes war ja die AWP Elite Build, die geht heute raus an den Oliver Fröhlich. Du warst jetzt ebenfalls nicht dabei, somit auch Glückwunsch an dich. Und zu guter Letzt dann die Farmers Rural Cage, die geht heute raus an den. Danny. Danny hat jetzt 888 Kommentare, genau. Wow. Wie gesagt, gibt es am 24. Dezember dann als Hotpress ein Knife. Das wäre ein Gutknife Freehand in Factory New. Dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Hilft mir auch sehr weiter. Dann sage ich euch noch noch. Ciao und bis morgen. Euer Alex.